Da kommen wir her, gell? Hier haben wir noch zwei Durchgänge, rechts und links. Ihr der Gang? Da kommen wir doch her, oder nicht? Na, ich weiß nicht. Ja, Gitter. Aber da gibt's auch weiter. Jetzt gehst du wieder den Weg zurück. Ja, ich... Oder auch nicht, ne? Hier. Wachen. Über dir. Machen wir doch richtig. Guck mal, was wir hier haben. Du musst mir helfen. Das kriegen wir Rücken an Rücken, mit dem Bein hoch. Ja. Ja, ja, ja. Glaub ich auch. Hier. Gib mir dein Arm. Was für? Ich glaube, ich habe eine Idee. Mach dein Arm gegen meine. Oh. Ach. 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 Okay. Okay. Jetzt. Jetzt. Nein, ich habe gefällt. Komm hoch. Ah, warte. Warte, bis ich euch auf gleiche. Und? Go. Ich habe verkackt. Ich auch. Ich auch. Jetzt. 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 Oh, ich habe verkackt. Warte. Jetzt. Slow down. Okay, okay. Okay. Du musst du erst. Und? Jetzt. Warte, warte, warte. Nein, ich habe es einfach verkackt. Okay, und? Jetzt. 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 Ich warte auf dich. Warte. Jetzt musst du. Jetzt. Jetzt. Ah, ich habe verkackt. Wechseln wir uns ab. Jetzt du. Wieder du. Jetzt ich. Warte, ich habe verkackt. Jetzt du. Jetzt ich. Jetzt du. Jetzt ich. Ich habe verkackt. Jetzt. Ich habe verkackt. Nochmal du. Ich habe verkackt. Jetzt. ... ... da muss nur eine feuchte stelle sein ich habe verkackt also real-time events die man im koop machen muss sind schon ziemlich cool ja 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 runter ist es bestimmt richtig nervig kann ich mir gut vorstellen oh nein jetzt haben wir schon wieder eine blende ja nee keine blende wir müssen das jetzt holen wir müssen uns Werkzeuge besorgen ja schon wieder ein neuer tag im knast das heißt wir haben jetzt eigentlich schon insgesamt dreimal diese toilette weggemacht ne ja zweimal ja eigentlich zweimal ja so na dann, let's go man, this thing spins fast okay warte das ist ein hammer wir brauchen den schraubenschlüssel hast du den schraubenschlüssel schon? nein da ist eine kleine öffnung hier ist ein hammer da ist eine säge kann sein dass ich den schon hab weil ich hab den gerade benutzt hier hey, that's my wrench it is? okay willst du den ablenken? don't I recognize you from somewhere? I don't know, maybe you used to work in the laundry room, didn't you? yeah, sure, I got transferred ah, so that's where I know you from probably why you asking? ich kann den nicht da reinlegen ja, weil ich dahinter sein muss und durchgeben der Typ ist mega sass, also wirklich also was ich gerade herausgefunden hab da ist ein Metalldetektor wo? das heißt wir müssen den da durchgeben ich guck mal ob ich irgendwie rauskomme und dass du mir den dann durchgibst hier ist der Metalldetektor ja und dann musst du nach rechts wahrscheinlich ne? genau, genau, genau das heißt ich guck jetzt mal dass ich hier lang gehe so, da kriegt man es raus so, la la la, ich geh jetzt nach hause keiner sieht mich oh da wird einer kontrolliert ähm, guck mal dass du durchgehst ich geb ihn dann dir hier am Zellenfenster du kennst du kennst du kennst du kennst auch leo komm auf andere Seite und biete ihn du okay hey, guard also ich glaube wir haben hier bestimmt noch mal den dennis zwei wachen kannst du von hier ich versuche die mal abzulenken und rein mit dir jemand kriegt prügeln die prügeln sich